Oben drauf ist einer. Hä, aber der hat doch grad auf mich geschossen, oder? Da hab ich nicht gekriegt. Alter, ich hab zweimal daneben geschossen, wie schlecht bin ich denn? Ich muss meine Position wechseln und den Play-Rip. Oh shit, alter der war lost und ich krieg den nicht. Oh mein Gott. Ey, der Scope ist echt nicht schlecht, ne? Ich hatte das nie auf dem Schirm vorher, gefällt mir richtig gut. Jetzt müsste ich nur noch treffen. Wie gut sieht er mich jetzt? Jetzt hier ist die Frage, ne? Jetzt ist halt richtig Risky-Business. Ich hab den niemals gekriegt, oder? Der war nicht drin, ne? Hä? Ey, Schmimi. Ne, ne, der war nicht drin. Das Scope mit Redout kostet irgendwie 540 oder so, glaub ich war das. Ich glaub, der hat keinen Bock zu fighten. Ja, aber vielleicht. Dürfen 45 Meter gewesen sein, ne? Dürfen 45 Meter gewesen sein, ne? Das ist doch weiter weg, als von einem Zaun über den Villenplatz zum anderen Zaun. Was? Ey, das muss Haaresbreite. Aber das war nicht unser Ball. Ey, Maya! Guck, guck! Das war einer meiner favorite Sounds auf Ewigkeit, ne? Der Clip dazu ist auch einfach so göttlich. Guten Morgen, Bro. Ich muss nachgucken, ich muss das Doctack holen. Ich sag, das waren 43 Meter. Wir können ja mal, wir können ja mal dingsen. Wann war der letzte Y-App? Am 10. August. So, bitte. Hier gewittert es total spaßig. Ey, bei uns war wirklich... storms! Und dann! Wann geht's! Wir wollen unser Wann. Wir wollen uns jetzt die Brille geben. 44,9 Ah, ich guck gleich Die zieht sich alles ab Oh, ich guck gleich Das war's für heute. Level 49, holy fuck. Mein Gott, Walter. Der kann ja auch tauschen, den Scheiß. Der kann ja auch tauschen. Der kann ja auch tauschen. Oh mein Gott Oh nein, ein Blatt von einem Bus berührt mich und ich kann nicht springen Gr supreme Grüne Oh nein, ein Blatt von einem Bus das ist realismus in diesem spiel so kack egal es fühlt sich so beschissen an der kack balenziaga gucci fendi prada so Ja, Ladies and Gentlemen, das war meine erste PMC-Runde des Tages. Hopplops!